Deswegen gehen wir jetzt in den Angriffsmodus. So, dann warten wir mal den Angriff noch ab. Oh, die treffen hier mal eine wundervollen Truppe, deswegen ausrücken Männer. Hier geht mal gar nicht. So. Eine Nachricht der Schlange. So ist es. Besser wäre es. So. Kommt schon, Leute. Schafft sie ja. Zack, zack, zack. Oh, wow, wow, wow. Die Adida. Oh, das hat der es echt geschafft. Rufi weg. Los, Männer. Sehr gut. So, wir haben hier auch noch Bogenschützen. Wir sind bereit. Hier geht man hier noch dazu. Und hier geht es mal davor. Sehr gut. So, dann geht es jetzt weiter. Hier rüber. Alle Mann ausrücken. Achtung. Darüber. Darüber. Und jetzt Feuermänner. Oh, wir kriegen ordentlich Schaden. So, wir müssen ablenken. Let's go. Du. Ich fahre auch noch mit dran. Kommt schon. Die müssen jetzt unbedingt hier fallen. nehmen. Sehr gut. Sehr gut. Oh, die schießen hier rüber. Oh, die haben nicht mehr viel Leben. Eine Nachricht der Schlange. Ja. Ich muss zugeben, die Lage ist, äh... Naja. Oh, der trifft uns. So. Sehr, sehr gut. Gleich haben wir ihn. Wir haben das Schützen da. Machen guten Job. So. Und jetzt können wir einfach nur noch reinschießen. Und los. Und los. Dann kommt. Und los. Geht ihr mal drauf. Oh, jetzt hat er da... Warum hat er das jetzt zerstört? Wieso macht er das eigentlich immer? Ich hab das schon mal gemerkt, wenn man... Das ist ab dem Zeitpunkt, wo die Verteidigung nicht mehr aktiv ist bei denen. Wir schießen dann immer nochmal drauf. Jetzt wurde ich hier im Teamspeak sogar noch gemoved. Das bringt mir grad... Die wissen nicht, dass ich in der Aufnahme bin. So, was können wir denn für den nächsten Angriff vermuten und vorbereiten? Hm? So. Söltner Posten. Zack, 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 zack. Es werden Rekruten benötigt, sei. So. Gleich sind wir durch, Leute. Und... drauf. Was geht los? Wie geht da da mal hin? Er mag nicht. Wir auch. So. Und unterstützt die mal. Wir stehen zu Diensten. Aber ich glaub, der wird fallen. Definitiv. Nummer eins ist somit weg. Was wünscht ihr? Eine Nachricht der Schlange. Verschont mich. Im Grunde meines Herzens bin ich auf eurer Seite. Wir benötigen Gold. So, da können wir dann bitte was verkaufen. Ihr habt nicht genügend Güter. Wie schaut's jetzt von der Nahrung her aus? Besser. Tatsächlich. Immer noch zu viel Hopfen. Wie viele haben wir eigentlich erstellt? Zwei Brauereien für zwei Schenke. Okay, das ist natürlich auch ein bisschen wenig. Ich glaub, man sollte so zwei Brauereien pro Schenke haben. Aber ist jetzt auch kein Problem. So, dann verkaufen wir hier wieder ein paar Abendrüste. Können wir auch wieder ein bisschen was verkaufen. So. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Wir sind meine Klinge. Zack, zack. So. Okay, hier kommt wieder ein Angriff. Von. Gelb. Und orange, will ich auch angreifen. Danach greifen wir direkt an. Das ist unsere Chance. Das heißt, ihr bitte einmal dahin. So, kriegt ihr die weg? Oh, da kommen Haufen Bogenschützen. Eine Nachricht der Schlange. Es ist Zeit, das Zeitliche zu segnen. Kommt schon, Männer. Kommt schon. So, die sind durch, sehr gut. Okay, hatten wir noch Leiterträger, die sind wurscht. Zur Stelle. Sieht gut aus. Achtung! Und los! Ja, sieht sehr gut aus. Wir haben es geschafft. Nice, Leute. Kommt auch mal bitte da hoch. Dann schauen wir mal, was ist denn... Nichts. Okay, schade. Das heißt... Ein paar neue. Das Volk huldigt euch, Sire. Hm. Gut, Religion ist nicht konstant leider. So, aber die Leute gehen schon mal hoch. Sehr, sehr gut. Gut. So. Okay. Dann... Alle Mann bitte. Okay, da müssen die dann hoch. Ihr bitte positioniert euch dann hier. Ihr... Geht auch da hoch. So. Einmal bitte da weiterlaufen. Let's go. Einmal bitte da weiterlaufen. So. Und direkt woanders wieder hin. Eine Nachricht der Schlange. Nun, äh, wir sollten abrücken. Oh, ja, 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 ja. Aber der ist stärker. Der hat eine gute Position. Von da wo er angreift. Uh, wir verlieren einiges am Männern. Also haben wir noch mal gravier. Also, die Verteidigung... die einen Änderung anbieg ist. So, bam, 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 bam. Ich glaube wir schaffen es Sehr gut Dreift er mich jetzt tatsächlich an Wenn ich ihn angreife Okay Geht ihr mal da rüber Die müssen wir noch kurz runter holen Eine mutige Leistung Eine Nachricht der Schlange Ihr stellt meine Geduld Wahrhaft auf die Probe Noch einmal lasse ich das nicht durchgehen Schaffen die das noch? Jawohl Komm ihr geht mal dahinter Waffen geschultert Ladet nach Bereins eure Lordschaft Sie sind wehrlos Zur Stelle Die Schwertkämpfer müssen Äh die Die hier diese Fackelträger Nicht Fackelträger Schleuder Schleuderdings Bums Dings da Sehr gut Dann geht ihr wieder dahinter Und ihr könnt mal hochgehen Neu positionieren Zack Und schauen wir mal Was wir die da noch wegkriegen Mit schweren Träumchen Jawohl Stark Ah ok So dann seid ihr jetzt hier die Verteidigung Und stört mal deren Produktion Städte ein bisschen Lieber von hier So So und jetzt stirbt er Eine Nachricht der Schlange Verschont mich Im Grunde meines Herzens Bin ich auf eurer Seite Ihr habt nicht genügend Güter Eisen ist immer noch nicht perfekt Aber wir haben Eisen übrig Das Brasstropfen immer noch zu viel So Getreide reicht immer noch nicht Ja da war ja der Weg Wahrscheinlich aus Sehr, sehr weit ist Ok Bogen haben wir Das war dumm Wieso habe ich die gerade verkauft Ich weiß es nicht So eine Lanze Haben wir auch noch von dem bekommen Brauchen wir natürlich nicht Es werden Rekruten benötigt Und zwar Ihr kommt immer da hin Ihr müsst hier bitte einmal Nachrücken Dann Zieht mal das Feuer auf euch Die geht mal nach Und dann können wir hier nämlich Schön runterschießen Nice Die schießen jetzt bestimmt gleich Oder? Auf die Bogenschützen Oh weg da Und das hier bitte Ihr seid beritten In der Bogenschütze Genau Sehr nice Cool Das gefällt mir So Dann Die 4 Ist dann Hier Und die 6 Ist dann Hier Wir sind bereit Es wird Waffen benötigt So Wir sind bereit Dann gibt es hier nochmal ein paar Britten Dim 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 Ja Ah cool Die können schon runterschießen So dann Ihr seid zwar geschwächt Aber hier Das muss fallen Da unten Sehr gut Das ist auch gefallen So Das heißt Hier ist die Verteidigung auch aktiv Da oben passt es Gut Dann bereiten wir uns mal auf den letzten Angriff vor Würde ich sagen Das sind noch die von vorne Es werden Rekruten benötigt Wahrscheinlich So Oder Wo laufen die denn jetzt hin Ja die laufen glaube ich schon richtig Das passt Achtung So Wir sind bereit Dann Let's go Das war's Nice Ähm Dum 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 Oh die können hier sogar hochschießen Ganz schön nervig Aber führ doch mal da lang Man hört überhaupt keinen Sound Wie die schießen Interessant Wow 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 Jetzt Jetzt verlieren wir ordentlich Viele Männer Das ist hart Aber gleich dazu Eine Nachricht der Schlange Hab ich schon gewonnen? Tatsächlich? Hm Nicht dass ich wüsste Oder? Ah jetzt hört man wieder schießen Uh Das war hart Das war hart So was können wir denn noch verkaufen? Hier ein bisschen Bisschen Holz Eisen Passt haben wir Bier haben wir Beliebt Ja der Legion Wir verlieren ein bisschen Gold Euer Gnaden Ja ne das passt so schon Eine Nachricht der Schlange Ah Hab ich schon gewonnen? Tatsächlich? Ja komm So Wir benötigen Gold Okay Das ist wahre Macht Dann heißt es jetzt wohl Ähm Eure Lordschaft Amel runter bitte Die machen halt ordentlich Schaden Das ist das Problem So da sterben wieder ein paar Das ist sehr sehr gut Und auch zwingend notwendig Ich bin mir da noch sehr sehr unschlüssig Ob Aber eigentlich Ihr habt so eine bessere Position Gibt mal da hin Könnt ihr dann nicht schießen? Doch die ersten können schießen Jawohl Sehr cool Ja Nice Waffen geschultert Bereits eure Lordschaft Zur Stelle So Jawohl Cool Das ist echt gut So dann Seid ihr jetzt wieder dran Zu schwächen So gut ihr könnt Eine Nachricht der Schlange Wir sollten abrücken Ja Das solltet ihr lieber Jawohl Jetzt versucht er nochmal anzugreifen Sieht gut aus Leute Eine Nachricht der Schlange Ich muss zugeben Die Lage ist Äh Nun ja Wir folgen euch her Greift an Brüder Ich bin auch mal da drauf So Dann sind wir da nämlich drin Ganz entspannt Ja Der kommt gerade nirgendwo raus Jawohl Gut Weil immer noch so viele Bogen schützen Das gibt es doch nicht Jetzt werden die letzten Beide auch sterben Die haben immer noch volles Leben Wir stehen zu Nieder mit ihnen Was wünscht ihr Spürt meine Klinge Seid gegrüßt Wir sind bereit Und Gleich fels Gleich fels Let's go Geht mal da zur Verteidigung hin Eure Lordschaft Sie sind wehrlos So Kriegen die das Teils noch kaputt Wir folgen euch Greift an Brüder Los 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 Wir stehen zu Dienst Die haben auch Feuerwerfer Glaube ich Oder Oben Ich weiß es nicht Eine Nachricht der Schlange Sehr gut So Ihr müsst da hoch Schnell Ihr auch bitte Ihr verlangt viel Nach nur abon Und jetzt Geht ihr von hier rein Schnell 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 Schneller Männer Seid zwar nur 10 Aber Ihr könnt schon viel ausrichten Die schießen ja schon Achtung Und Los So Zack 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 Wir sind bereit Eure Lordschaft Boah Das ist schon ein ordentlicher Schaden Hier Kommt schon bitte Wir müssen jetzt unbedingt durch Ähm Es werden Rekruten benötigt Seid Okay Keine Bauern gerade So Jawohl Im Grunde meines Herzens bin ich auf eurer Seite Aber das war's Wir haben gewonnen Und damit würde ich sagen Haben wir eine sehr sehr schwierige Mission geschafft Sieg Wo wir uns In der nächsten Folge wieder sehen werden Bis dahin Bleibt so wie ihr seid Liken Teilen Kommentieren nicht vergessen Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Wenn Wir in die endlöse Wüste Zum ersten Mal mit einem Verbündeten Mit dem Richard Mit dem Richard Löwenherz Ne ich glaub Ne Gar nicht wahr Wir haben schon mal mit dem Richard gespielt Boah Und der wird uns auch verteidigen Also der wird alles vom Wolf abkriegen Der Arme Aber so ist das Leben Und dann Kämpfen wir zu zweit Gegen den lieben Wolf Aber das machen wir in der nächsten Folge Bis dahin Bleibt so wie ihr seid Ciao Ciao Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020